Sie sind ständig unterwegs. Stunde um Stunde transportieren Sie Waren, die für die meisten von uns eine Selbstverständlichkeit sind. Medikamente, Lebensmittel, Getränke. Während alle anderen von Ihrer harten Arbeit profitieren, kämpfen Sie mit hartem Wettbewerb. Sitzen Stunde um Stunde am Steuer, um sich gegen die harte Konkurrenz zu behaupten. Ein Standard-LKW reicht dafür nicht aus. Sie brauchen eine Lösung, die technisches Potenzial mit optimierten Dienstleistungen verknüpft. Sie brauchen ein Fahrzeug, das genauso präzise ist wie die Temperatur Ihrer Waren. Wenn Sie das nächste Mal einen neuen LKW für Tiefkühl- und Frischdiensttransporte kaufen möchten, sprechen Sie Ihren Scania-Partner an. Wir werden Ihnen zeigen, dass dieser LKW etwas Besonderes ist. Maßgeschneidert für das einzige Business, das zählt. Ihr Business.